Nur da. Na komm. Du holst den Mist. Die Existenzberechtigung von denen ist so... Das sind die unnötigsten Gegner im deutschen Spiel. Nein, die Autobomben. Ja, wie gesagt. Ach komm. Komm her, Kollege. Du hast anscheinend ein Problem mit meiner Vorgehensweise hier. Die Mission werde ich viel schneller fertig bekommen, weil ich ja jetzt noch fliegen kann. Damit kann ich eigentlich alle Schattenflecke bekommen. Einerseits ist es gut, aber andererseits denke ich nur, wie haben sie es geschafft, die zu übersehen, die Mission. So geht das hier an. So. Ach, was willst du eigentlich? Was? Okay, jetzt habe ich vier Schatten. um wenn schon dabei war und da weiter kann ich auch gleich die Anhaltsabzeichen mitnehmen und okay wenn du unbedingt die hier töten willst meine wegen aber nicht ihr wie auch wie euch mir fällt kein passendes Wort für euch ein die deutsche Übersetzung ist ja richtig klasse Brubblebach warum nicht so wird auch jedes Mal zu heißen oder okay ich hab alles dann ja der Schatten vielleicht versteckt sich hinter Stein oder was und und hier noch eins ganzen Brubblebachs lass dich einfach mal wie ich schon einmal gesagt habe ihre Existenzberechtigung ist sinnlos mit den Schatten durch ja 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 Ich weiß, dass die Rücke erlaubt ist, aber nee. Mir fehlt noch eine Schatztruhe, muss dann hier irgendwo sein, ja, da ist die auf dem Tisch, wie auf dem serviertes Teller, serviertisch, oder wie das heißt, dieser Stuchter, so da oben ist noch eine, der letzte von dem, äh, nee. Und hier, vielleicht schaffe ich jetzt ja alle, warte, muss man nicht, muss man alle drohen haben, um, äh, die ganzen, äh, berichtet zu bekommen, ich weiß es gar nicht. Scheiße, der Partys länger als ich dachte. Okay, gleich, gleich, gleich mach ich einen Cut. Mal erstmal gleich was nachgucken. Okay, 255, das letzte Berichte, Ruxas Tagebuch. Ach so, das sind noch eine Berichte. Ich werde den kinemarztbefreunden Weg zum Zufall finden, ich werde hier und zurückkommen. Vielleicht können wir drei dann wieder zusammen Eis essen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ah, okay. Ah, Telefon klingelt wieder mal. Okay, ähm, 252 ist da nichts, deswegen machen wir hier weiter. Ähm, okay. Was war die Aufgabe eigentlich, ich weiß es gar nicht. Ähm, okay. Ja, okay, ich weiß wieder, wo die Schatztruhe sein müsste. Ach ja, ich habe gerade kurz wieder nachgelesen, wie man die ganzen Geheimberichte bekommt. Okay, du verdammte Miskegurt. Die ganzen Geheimberichte zu bekommen, muss man den Wichser töten. Nein, man muss. Man muss wirklich. Ich verstehe jetzt nicht sein Problem. Hallo? Wieso klettert der jetzt nicht hoch? Hey, ich verstehe das jetzt nicht. Ich werde mich jetzt komplett verarschen spielen. Ja, backt noch ein bisschen hier rum. Warte, man kann ja mit der Maus die Kamera drehen. Ja, so. Und hier kriegt man noch die letzten Luftmeister, wenn man das haben will. Komplett, also die Mission komplett machen will. Ach ja, zu den Geheimberichten, man muss alle Siegel holen, also alle, wie heißen die? Hohle Mission machen, Herausforderungen, um die zu holen. Und, äh, ne. Die ganzen, äh, zeige deine Ausdauer. Spiel, willst mich verarschen, das hab ich doch schon. Oder noch nicht? Also, ähm, die ganzen Siegel, deswegen... Ich kann mir sowieso die geheimen Berichte jetzt einfach so gucken. Also, da bist du. Einfach mal ne Runde fliegen. Geil. Ich hab, prüge die mal ein bisschen. Juhu! Mh, ja, das dauert etwas noch. Okay. Es gibt viele Mission, die ich irgendwie vergessen habe. Egal, wenigstens zeige ich die jetzt auch mal. Am Ende. Hab ich ja gerade einen Samurai gesehen. Ich verstehe jetzt nicht, wieso der hier ist, aber naja... Was mit meinem Extra-Leben passiert, hallo? Ja, mein Extra-Leben sind einfach mal weg. Ja. Egal, wenigstens hab ich Elixier, die kann man hier jetzt einfach benutzen. Oder Hypotions. Ja, fick mich doch alle von hinten, Mann. Verdammter Arsch, fixierte Missgestalten. Okay. Ich verstehe jetzt nicht, wie sie mich jetzt auch bekommen haben, aber naja... Die Logik muss man ja nicht verstehen, weil es hier keine Logik gibt, hier in diesem Spiel. Ich kann auch in diesem Moment auch nicht so viel sagen. Ich muss mich gerade hier konzentrieren, dass ich jetzt nicht abkratze, wegen diesem Missgestalten. Und es ist an den Samurai gekommen, ne? Wo ist denn der Samurai? Hallo? Wo ist denn der Samurai? Hallo? So nicht, ihr Spassis, so nicht. So nicht. Ich darf jetzt nicht sterben, das wäre zu erbärmlich. Okay, komm, 11 Sekunden. Neun, acht, sieben, sechs, vier, drei, zwei, eins, go! So, ja, schlechter, perfekter Sieg hier. Ja, meine Mama redet wieder mal so laut. Wir sind ja im Wald, ne? Okay. 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 ㅎ Geht doch, ich bin eigentlich richtig gut, wenn man das jetzt gerade so sieht. Ja, den... Ich hab' alles. die siege sechs riesige herzlose naja warte noch mal glaube nicht verzeichnet die den namen schon gegen dich bei folgen konzentrieren erwartet das musste ich jetzt nicht so dass es noch mal das gleiche ich dachte ich habe hier alles gewollt von abzeichen her aber anscheinend nicht muss ich noch mal gegen riku kämpfen oder was ja leute es ist nichts besonderes der unbekannte gegner kann nur riku sein wo sollen diese abzeichen sein komm das springe ich überspringe ich einfach alles weil es nicht wichtig es ist wirklich nicht wichtig ja riku ich weiß wo sei denn ich bin dem elixiere ich bin dem elixiere komm machst du auch irgendwas das geht darum ja nicht angreift ja er ist erledigt und wir haben es geschafft die letzte mission die wir machen konnten berichte ich habe dann alles gemacht und jetzt werde ich offiziell das letzte mal speichern damit ich das nie wieder machen muss und wir sehen uns bei wie kodet tschüss